Die Idee zum HIPS-Projekt wurde in der Technischen Universität Chemnitz geboren. Das Ziel dieses Projektes ist ein Trainingssystem zum Üben einer der anspruchsvollsten Schritte während einer Operation. Das Ausfräsen der Hüftpfanne vor dem Einsetzen einer künstlichen Hüfte. Diese Durchführung der Operation in der virtuellen Umgebung mit haptischem Feedback durch einen Roboter gilt als wichtiger Baustein in der Operationsplanung vor dem chirurgischen Eingriff und ist als Meilenstein in der Ausbildung angehender Chirurgen zu sehen. Virtual Reality ist der neue Weg in der Ärzteausbildung. Um komplexe Operationen nicht an Patienten einüben zu müssen, bieten sich diese neuen digitalen Techniken ganz hervorragend an. Das Ziel ist, dass wir tatsächlich mit dem System diesen Materialabtrag auch simulieren können. Und letzten Endes wird der Benutzer das spüren, dadurch, dass die Fräse dann ein klein wenig nach vorne sich bewegt und entsprechend der Roboter also ein klein wenig nachgibt. Der Roboter wurde nicht speziell dafür entwickelt. Er wurde dafür entwickelt, um zu tun, was ein Roboter tut, also Handlingsaufgaben zu machen. Und wir hatten dann eben die Idee, wir drehen das um, wir versuchen den Roboter als haptisches Eingabegerät, dass es uns die Kraft spüren lässt, nutzbar zu machen. Das erlaubt es uns in diesem Projekt, einen relativ komplexen Knochen wie den Hüftknochen zu simulieren und dafür Kräfte zu berechnen, wenn ein Benutzer mit der virtuellen Fräse diesen virtuellen Knochen berührt oder fräst. Genau darauf kommt es ja an, dass der angehende Chirurg trainieren kann, mit welchen Kräften er auf die Hüfte einwirkt mit dieser Fräse, um das Material abzutragen. Und am Ende dann diese Hüftpfanne, so wie es gebraucht wird, ausgefräst zu haben. Dazu ist es dann sehr notwendig, dass wir die Eigenschaften des Materials kennen, also wie viel Material in welcher Zeit, bei welchem Druck abgetragen werden können. Wir haben sozusagen von Körperspendern Präparate zerspannt in einer Prüfmaschine und dort Drehmomente und auftretende Kräfte gemessen. Weil letzten Endes der Roboter genau diese Vermittlung zwischen dem Benutzer, den Aktionen des Benutzers und der virtuellen Umgebung ermöglicht. Ich empfand es für mich eine überraschend realistische Darstellung des Operationsgebietes. Es war fast überwältigt, dass man sich wirklich wie in einem echten Operationssaal vorkam. Gerade wenn es um die Ausbildung zukünftiger Chirurgen geht, in dem Fall Orthopäden, Unfallchirurgen, die ganz regelmäßig Hüftendeprothetik betreiben, für die kann das durchaus ein spannender Prototyp sein. Wir sind jetzt schon so weit, dass ich denke, wir haben einen guten ersten Prototypen, den wir jetzt noch im Rest des Projektes weiterentwickeln können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!